Der Elsterwelle Adventskalender, freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Mit Engagement für die Region. VBH. Wir machen das. Guten Tag, wir sind die achten Klassen des Johanneums und wir möchten heute gerne das Weihnachtslied Ad Este Fidedes von John Francis Wade aus dem 18. Jahrhundert vorsingen. Es ist ein fröhliches Lied, in dem es um die Geburt des Heiland Jesu geht. Ad Este Fidedes, Leti Triumphantes, Venite, Venite in Bethlehem. Nahtum die Dete, Regenangelo, Venite Adoremus, Venite Adoremus, Venite Adoremus, Doninum. Ahtum.